Hey Leute, was geht ab? Heute mal wieder mit einem kleinen Video und zwar soll es heute in diesem Video darum gehen, dass diese kleine 1 Cent Münze entscheidet. So, äh, ja. Die erste Frage stelle ich an die Münze. Sollen wir jetzt hier weiter im Karussell bleiben oder sollen wir auch mal auf ein anderes Gerät gehen? Also, ja ist Zahl und Kopf ist nein. Mal werfen, dass ihr ihn gut hinkriegt. Die Münze sagt Zahl. Also, ja. Okay, wir gehen dann gleich aus dem Karussell raus und setzen uns dann zum Unterstellding. Hey Leute, da bin ich wieder und, äh, ja, wir haben uns jetzt hier mal untergesetzt. Der Kameramann kann ja mal etwas hochfilmen. Wir sitzen jetzt hier unter dem schönen Unterstellhäuschen und, äh, machen weiter. Und zwar, sag du mal eine Frage. Was wollen wir die Münze fragen? Nun ja, was ihr sie fragen könnt. Zum Beispiel, welchen, an welchem Tag wir das Video wieder machen. An welchem Tag machen wir das Video wieder? Entweder morgen oder erst in einer Woche. Also, also, morgen, Zahl, wie auch Jahr und Kopf in einer Woche. Zahl, also morgen, freut euch drauf. Morgen kommt ein neues Video. Äh, das Videothema werde ich mir nochmal mit meinem Kameramann besprechen, ne? Ja, dann, was immer eure Zuschauerfrage war. Äh, was möchtest du, was wünscht ihr euch? So, und jetzt kommt das Videothema für nächstes Video. Entweder, wir machen hier etwas um den Park, was ja schon rausgekommen ist, das Video. Oder, wir machen etwas, wo wir dann woanders sind und ein anderes Videothema machen. Und die Eins sagt wieder Park und die Dings, äh, und der Kopf sagt einen anderen Ort. Also, den suchen wir uns dann noch aus. Und die Heilige Münster. Und sie sagt, komm, einen anderen Ort. Ja, da seid mal gespannt, wo wir da sind für euch. Und ein kleines Video drehen. Und dafür, nur mal einen kleinen Tipp. Schickt mir ein paar Fragen. So, und jetzt fragen wir die Münze noch drei Fragen. Und die sind special. Die sind special, super und krass. Ähm, die erste Frage ist, habt ihr schon alle abonniert? Und jetzt kommt's raus. Wer meine Videos nimmt, schaut und nicht abonniert. Ich meine, ihr müsst nicht abonnieren, wäre aber schön. Also, wenn ihr schon alle abonniert habt, kommt die Eins. Und wenn aber noch ein paar Nachzügler sind, die vielleicht noch nicht dazu gekommen sind, die. Dann kommt der Kopf. Also, wir werden jetzt sehen, ob ihr schon alle abonniert habt. Ihr habt schon alle abonniert? Also, naja. Aber die Münze, vielleicht habt ihr auch nicht immer recht. Naja. Aber im Moment, in diesem Video, schon. So, die zweite Frage ist, wollt ihr es weiterhin so haben, dass der gleiche Kameramann bleibt? Oder, wie ich am Anfang YouTube gemacht habe, da ich meine eigenen Videos aufnehme? Das entscheidet sich jetzt durch die Münze. Eins ist, der Kameramann bleibt. Oder zwei ist, äh, oder Kopf ist, ich mache meine Videos selber. Ah, der Kameramann, der lacht schon so gespannt da hinter der Kamera. Ich glaube, er ist nicht mehr im Dienst, oder? Na gut, also, ich glaube, das nächste Video kommt noch mit meinem Kameramann. Und dann werden wir sehen, ob ich dann wieder alleine filme. So, und die letzte entscheidende Frage kommt natürlich special nach dem Cut. Muss man ja auch noch machen. So, und die letzte entscheidende Frage ist, soll ich weiter YouTube machen, oder soll ich es nicht tun? Liebe Leute, die ist so special, die Frage. Ja, ich muss es leider machen. Also, eins ist, ich mache weiter YouTube und Kopf ist nein. Scheiße. Aber liebe Leute, ich mache weiter natürlich für euch YouTube. Das war's mit meinem kleinen Video für die 15 Abonnenten-Special. Im nächsten Video zeige ich euch meinen eigenen kleinen Stein-Play-Button. Freut euch auf jeden Fall darauf, also morgen an einem anderen Ort. Anderen Ort, sorry. Und ja, wer es noch nicht getan hat, abonniert, aktiviert die Glocke, ihr verpasst dann keine weiteren Videos und ciao!